Hey Leute und herzlich willkommen zu Fabis Frohe Vorweihnacht Folge 18. Wir erinnern uns zurück an letztes Jahr. Letztes Jahr hat Lego das mit der Folge 18 sehr wörtlich genommen. Ich hoffe, es wird heute nicht ganz so schlimm. Schauen wir mal nach. Erinnert ihr euch noch dran? Letztes Jahr mit dem nackten Weihnachtsmann? Verdammt, das war doof. Warum reißen die ganzen Türen ein? Wie auch immer, jetzt bleib einfach zu. So, was kriegen wir denn heute? Ernsthaft, noch ein Dieb? Ja, aber ich bin der besonders schlaue Dieb. Und weil ich zwei Brecheisen habe, kann ich dabei so schnell in ein Haus einbrechen. Das sind auch gar keine Brecheisen, sondern in Wirklichkeit rote Schlangen. Hä? Oh mein Gott, ein Glück, dass du mich gewarnt hast, sonst hätte ich... Moment! Also Leute, nicht vergessen, auch wenn ihr professionelle Bankräuber werden wollt, für alles braucht man einen gewissen Intelligenzquotient oder zumindest das nötige Vorwissen. Bleibt am besten in der Schule und lernt was draus und keine Ahnung, esst ein Stück Kuchen. Also Leute, macht's gut und bis morgen. Euer Fabi von Legostein13. Musik 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 Vielen Dank.